Herzlich Willkommen zu unserem Let's Play von Call of Duty Modern Warfare 3 Survival Modus. Ja, wir gehen auf der Map Village. Ich bin schon Level 14, der Stufe ist erst Level 6, aber das macht nicht so einen grossen Unterschied. Obwohl eigentlich schon, aber egal. Ja, du kannst einfach Sachen kaufen, die ich noch nicht kann, aber... Also, und? Ja, wir schneiden jetzt nicht lange, wir machen jetzt Operation starten. Sprengkommandos, Kampfhunde, Hubschäuber und Juggernaut. Genau. Ähm, vielleicht noch zu sagen, wir werden irgendetwas von Juggernaut anfangen labern. Das sind so wirklich Menschen, die in einem deftigen Schutzanzug sind. Solche, die man wirklich sehr schwer auf den Boden bringt. Und zu uns ziemlich schnell. Ja. Also, es sind einfach ziemlich stark. Das sind die stärksten Gegner, die es gibt in diesem Game. Also, wo bist du? Soll ich die andere Seite nehmen? Ja. Also, wir können uns wahrscheinlich zu etwa da mal aufhalten, oder? Da ist nämlich gerade der Tisch für dich. Ah, ich brauche schon mal neue Waffen von dem da. So. Genau, die hätte ich gerade noch nehmen können. Ich gehe auf diese Seite. Ich gehe auf diese Seite. Du hast mich geschossen. Hm? Komisch. Ah. Ah. Ich muss mal wieder ein wenig reinkommen hier, ey. Ich helfe mir nachher gleich die Scar, wenn ich kann. Ja, das ist eine meiner Lieblingswaffen. Es ist meine Lieblingswaffe. Ja, jetzt bin ich bei dir und du. Du hast einfach schon alle umgebracht. Also. Wie viel Geld testest du? Hier bei diesen Kisten kann man sich eben so Sachen kaufen. Ich habe jetzt noch zu wenig Geld. Und Munition. Ah, doch Munition berüchtigt. Welche Seite nimmst du? Ich nehme schon wieder die schwieriger hier. Da kommen mehr Gegner auf dieser Seite. Eben noch erwähnen, das Spiel ist ab 18 Uhr. Also, die, die nicht viel vertragen. Okay, ich finde es eigentlich nicht so krass. Aber die, die es nicht so viel vertragen, die sollten jetzt besser abschalten. Ja, die haben es jetzt sowieso schon gesehen, also. Dann habe ich das ab vorne schon gesehen. Ja, genau. Ja, ich meine, andere spielen Dead Island und sagen gar nichts, also. Ja, komm auch. Es ist etwas da rundherum. Bam. Wir spielen jetzt auf PC für die, die es noch nicht gemerkt haben. Ja, logisch spielen wir es auf PC. Spielt immer auf PC. Irgendwo hat es nur zwei. Oh, die sind bei mir. Ah nein, die kommen hier. Drei sind sogar. Wie viel Geld hast du? Ah, er hat sich sowieso schon gekillt. Zwei mit einem Schuss. Jetzt kann ich glaube ich es gar kaufen, hoffentlich. Ah, warte. Drei tausend braucht es. Ah, es ist zweit Waffen. Bist du sicher? Dann kann ich sie noch nicht kaufen? Hast du noch nicht? Nein, ich habe erst 2.400. Ich habe schon 3.800. Kann man auch Geld Indio zum anderen geben? Nein. Nein. Ich kaufe sie immer gerade mit holographischem Visier. Ich auch. Hat müssen. Es ist einfach... Kannst du sie überhaupt schon kaufen? Ja. Weil es 3 oder 4 kann nicht. Es ist immer schnell freigeschalten. Juhu, die liebe ich immer so. Wer? Kampfhund? Ich habe. Juhu. Hey, die brauchen dann noch lange bis die da hin kommen. Jetzt muss ich schnell nachladen. Storbe ich weiß, wieso? Geh weg. Du auch? Du hast doch keiner gesehen. Oh, Kampfhund. So. Jetzt Scar. Yay. Scar. Und Holo-Visier. Und ich habe... Ja, nein, ich kann jetzt nicht mehr kaufen. Ich habe zu wenig Geld. Wie viel hast du? 800. Fast 900. Das ist doch nicht gewesen. Ja, jetzt ist es halt noch ziemlich einfach, oder? Ich meine... Es wird dann später schon noch ein bisschen schwieriger. Ja. Für die, die es nicht kennen. Abwählen 10 vor allem. Okay, ich bin vorher... Ich habe es bis jetzt 10 Mal auf dem PC gespielt. Und... Ich bin ziemlich viel gestorben. Ich glaube 10 Mal. Kommt, kommt, kommt. Jetzt sind sie bei mir auch so schnell unterwegs. Die rennen von mir weg. Okay, der jetzt nicht. Machen wir gerade weiter? Ja, von mir aus. Später fangen wir dann auch noch Claymore... Oh, einen Predator hätte ich mir schnell gerne gekauft. Ist doch egal, die brauchen wir jetzt eh noch nicht. Das sind so Rageiten einfach, wo sie auf dem Himmel abgeschossen werden. Bei dir ist es jetzt immer schon viel schneller. Ah, da ist ja einer. Boah. Das ist doch keiner, wenn du da bist. Die waren gerade so schnell. Brauchst du Schild? Nein. Jetzt kommt glaube ich noch einer. So. So. Du lebst ihn noch? Ja, sag ich ja. Ah, nicht ich. Der blöde Sich, den ich abgeschossen habe. So. Neue Munition kaufen. Ja, das wäre mal etwas. Neue Schutzwesten kaufen. Ich hätte einen Ding. Wow, was war das da hinten, das gesprengt war? Ah, das war das Auto. Die explodieren, glaube ich, einfach so irgendwie. Ja, wenn du drauf schiessen hast oder einfach, wenn sie brennen und dann noch ein bisschen. Ähm, was wollte ich noch machen? Egal, ich habe es noch keine Zeit mehr. Genau, Predator wollte ich kaufen. Ah nein, weil ein Zehn kommen können. Oh, Luftwund. Da hätten wir jetzt auch schon einen Predator brauchen können. Oh, das doch. Ja, nein, das ist nicht gut. Predator sind viel zu teuer für dich. Schau auch, dass du nicht da hinten gehst. Das ist schade. Das habe ich vorher noch mal gemacht. Ich nehme den linken. Nehmen wir Bär die gleichzeitig. Ja, der da hinten. Hä? Wo ist der andere? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, da. Wow, hinten. Wie gestoppt? Das ist einfach nicht gut. Dann kommst du nicht schnell hinten. Oh, oh. Ich sollte mich jetzt nicht noch mal treffen. Ja, da haben wir sie so gerade. Gut. Ja. So, jetzt sind wir welches. So. Voll. Ich hole mir jetzt einen Predator. Genau, komm mal. Nachher der Juggernaut kommt. Delta Team. Sag ich mal Delta... Nein, ich kaufe mir mal Delta Team, wenn du nachher denkst. Nein, das ist scheisse. Die sind einfach nur... Ich habe nur eine Freude an denen. Die sind geil. Predator Rakete zum Einsatz bereit. Sonder 1. Das Team auf dem Weg. Bereithalten. Ich finde sie bringen es schon noch. Oh, das ist für die. Ja, schau, jetzt kommen sie da. Selbstmordattentäter. Auf die Stanz bleiben. Juhu, Selbstmörder. Ich liebe die so. Sind die nur das Dritte? Die schiessen einfach irgendwo in die Zeuge rum, oder was? Jetzt stehen sie mir im Weg. Hey, die sind... Die sind zu schnell für mich. Oh, nein, der C4. Es leuchtet so rot, wenn der C4 hat. Ich weiss. Ja, ich kann es nur mal den Zuschauer sagen. Aha. Vorher bin ich... Vorher bin ich den ganzen Tag gestorben um diese Zeit rum. Aber jetzt... Vorher habe ich auch noch so billige Waffen bekommen, weil ich Level 1 gewesen bin. In diesem Spiel vorhin. Für die, die es jetzt nicht bockt. Wir haben eben vorher schon mal gespielt. Ähm. Ähm, Rüstung, genau. Auch kommt jetzt schon... Du hast einen Predator, oder? Ja. Gut. Aber es ist jetzt Level... Es ist jetzt 7. Er kommt bei 10. Oh, ich sehe. Wow. Oh, ich tue keine 5. Hm. Wieso sind wir so viele? Ah, das sind die von Delcote? Ja, die bleiben jetzt so lange, wie sie alle gestorben sind da. Genau, scheiße. Die könnten mal ein bisschen bei dir bleiben. Du brauchst also auch keine Hilfe. Nö. Oh, dort hinten sind einer. Wo sind sie da? Ich kann sie vielleicht selber abschalten. Ah, da ist so einer mit Spreng-Dings gewesen. Da ist auch einer. Einer kommt noch von hinten. Jetzt komme ich auch mal von hinten. Der größte Teil ist schon gestorben. Was? Vom Delta-Team? Ja. Was machen die? Sie sind doch alle behindert, zusammen. Ich habe ihn nicht mal mit dem Messer getroffen. So. Ok, nein. Munition brauche ich noch nicht. Du, ich habe noch 2 Schüsse. Ist doch gut. Ich komme jetzt gleich mit dem Predator. Nimmst du denn den Joganet? Ja, kann ich. Ich schaffe die Predator immer nie ganz auszulösen. Es ist echt nur einfach. Haben die selbstmordenden Täter so orange Hose noch? Ja, ich glaube. Du erkennst sie auf Afrograd. Und die Hunde. Das finde ich noch fies. Es ist nicht am längsten der Hunde. Der Hunde. Der Hunde. C4-Anhänke. Genau. Ja. Das wollte ich sagen. Ah, da kommt die Zeugendenhunde. Ich finde die noch sehr hart. Ah, schau. Da ist auch gerade so eine. So eine, die einen selbstmord macht. Die haben noch ziemlich viel Leben. Und dann kann ich die Abschied machen. Und dann kann ich jetzt von unten sterben. Ich finde es vor allem blöd. Weisst du, wenn du so einen triffst. Und dann laufen die anderen drüber. Aber sie sterben gerade. Shit. Die Hunde direkt schon auf. Okay, Munition. Es sind einfach die mit den Kopfschützen. Hey nein, die leben wohl auch alle noch von der Delta. Sie sind das dritte. Wie viele hat es noch? Ähm, Juggernaut. Kommt jetzt. Soll ich jetzt? Es ist doch 9. Ja, jetzt ist die 9 vorbei. Das war die 9. Ach schon. Die sollten jetzt einfach nicht hier rumhängen. Soll ich ihn aber, oder? Ja, alles wenn du. Ich mache es schon schnell. Ich kaufe mir noch schnell. Komm her da hin. Ja stimmt. Jetzt kommt er. Okay, also jetzt Predator. Wo ist er? Da hinten. Er muss aber zuerst am Boden runter. Jetzt ist er ausgestiegen. Und Abschuss. Und? Bäm. Und sie wurden befördert. Er hat mich aber schon getroffen. Er hat dich getroffen? Wo ist denn der überhaupt gewesen? Wo da oder? Da, da ist er. Schau, da liegt er noch. Ja. Sie sehen, der ist einfach vollgepanzert. Der ist vor allem voll im Auto rein. Nur mit dem Kopf bei mir. Ja eben. Ich wundere mich, ob man Steam-Meldungen im Ding sieht. Also von jetzt kommt bei wel... Ja. Was? Nicht. Du musst dir noch einen Predator kaufen, so schnell wie möglich. Ja stimmt. Mache ich nachher gerade. Die vom Delta-Team stehen einfach irgendwo rum. Weisst? Die sind so... Ich hab mir die gleich nicht unbedingt unbedingt kaufen. Die sind unnötig. Doch, sie helfen. Sie helfen im Fall schon. Ah, jetzt ist einer da von denen. Können sie dich eigentlich auch heilen können? Das würde mich wundern. Das würde mich wundern. Also ich will es jetzt ausprobieren. Nein, vor allem weil wir noch beide zweite Chance haben. Sie ziehen sich zurück. Nein, es ist nicht... Ah, den habe ich gekriegt. Und der andere klickt mir nachher. Wollt ihr den einen kaufen oder was? Nein, sie beschützen mich einfach. Was haben wir da? MP5. Nein, Mann. Das Guard finde ich einfach die geilste Waffe. Ja. Plattiere Claymore! Plattiere Claymore! Plattiere Claymore! So. Ein bisschen Claymoreverschwendung hier an der mittleren Steine. Schau da. Ich muss noch schnell Schutzwesten haben. Ich habe nur noch tausend. Bei mir ist es gerade ein bisschen an rucklen. Mir nur vorne. Es liegt wahrscheinlich einfach... ein witteryund. Internet. Host. wenn du schöne Sp norteuin gar吃st. ... Vielen Dank.